Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoCraft. Herzlich willkommen zu einem weiteren Redstone Tutorial. Was ihr hier seht, ist eine intelligente Weiche und damit eigentlich wesentlicher Bestandteil des sogenannten intelligenten Minecraft-Systems. Das ist eine Art Post-System in Minecraft, welches sehr, sehr viele Möglichkeiten schafft. Vor allem sehr, sehr viele Möglichkeiten für automatische Lager, intelligente Lager. All das basieren nur auf diesem kleinen Ding, was ihr habt. Und ihr fragt euch jetzt, was kann das? Warum sollte ich das brauchen? Warum sollte ich das bauen? Ich zeige es euch jetzt in diesem Tutorial. Aber erstmal, wie wird es überhaupt gebaut? Ihr habt eine Schiene und ihr müsst euch jetzt vorstellen, das System funktioniert so, dass wir jetzt verschiedene Anschlüsse haben. Und in jedem Anschluss kann jetzt ein Minecart stehen. Das ist jetzt einfach ein Kisten-Minecart. So, unser Minecart steht hier. Und ich kann jetzt eine Briefmarke in dieses Minecart reinlegen und das Minecart würde jetzt an eine Position fahren, etwas machen und würde auch am Anschluss wieder zurück zu mir kommen. Und das ist die Besonderheit bei diesem ganzen intelligenten System. Ich kann quasi als Minecart einmal von meiner Position irgendwo anders hinschicken und das Minecart kommt von alleine wieder zurück. Und das ist schon ziemlich krass. Ihr könnt das als Post-System benutzen. Ihr könnt eurem Freund in einem anderen Haus per Minecart einen Brief schicken. Ihr könnt es aber auch benutzen, um zum Beispiel Items abzuholen, in ein Lager zu fahren, Items abzuholen. All das möchte ich euch gerne heute zeigen. Wichtig ist dafür unsere Weiche. Also erstmal brauchen wir eine Schiene und da brauchen wir eben halt diese intelligente Weiche. Und die ist eigentlich das zentrale Kernding von diesem IMS-System. Ohne diese smarte Weiche geht gar nichts. Und die smarte Weiche funktioniert wie folgt. Wir haben jetzt ein Minecart. Das kommt hier an auf einer goldenen Schiene und das soll einfach bei der richtigen Position abfahren. Hier haben wir eine Weiche. So, das ist unsere Weiche. Weiche können wir aktuell mit dem Schalter schalten. Die soll jetzt aber smart sein. Wie machen wir sie smart? Wir gehen eins, zwei Blöcke vor die Weiche, gehen hier in den Boden. Und das ist jetzt äußerst wichtig, Leute, wie herum ihr diese Technik baut. Das heißt, ich baue diese Technik gleich zweimal nebeneinander. Und zwar je nachdem, welche Fahrtrichtung ihr habt. Ihr könnt nämlich unterschiedliche Fahrtrichtungen für euer Minecart haben. Ich lasse mir jetzt mal ein bisschen mehr Platz dazwischen. Den brauchen wir auch gleich. Je nachdem, in welche Richtung euer Minecart fährt, ist eure Weiche mal so herum und mal so herum. Das heißt, wir machen jetzt mal diese Schiene nochmal hier hin und eine zweite Weiche. Und wir machen es so, dass unsere Minecarts immer im Uhrzeigersinn fahren. Wir werden später einen Kreis bauen. Das heißt, ihr seht, hier wird das Minecart in die Richtung fahren. Hier wird das Minecart in die Richtung fahren. Wie gesagt, immer vor der Weiche, einen Block dahinter, hier einen Trichter an den Boden setzen. Den Trichter bitte so setzen, dass er zur Seite guckt. So, wie funktioniert jetzt? Ihr seht, diese Weiche zeigt so in diese Richtung und diese Weiche zeigt in die andere Richtung. Und es ist jetzt super wichtig, dass ihr euch das merkt, in welche Richtung die Weiche zeigt. Denn je nachdem müsst eure Schaltung mal so oder mal so machen. Ihr fangt an, dass ihr auf der anderen Seite der Weiche hinter dem Trichter einmal ein O baut. Das tut ihr am leichtesten so mit irgendeinem Baumaterial. Da haben wir unser O. Das gleiche mache ich jetzt auch auf der Seite. Einmal hier hinter den Trichter. Ein Block tiefer, ein Block diagonal versetzt, kann man quasi sagen. Ein O zu bauen. Tada. Dann schnappt ihr euch aus der Mitte einmal eine Redstone-Fackel oder mehrere Redstone-Repeater, Verstärker, Redstone und Komparator. Einmal einen Verstärker so, einmal einen Verstärker so. Dann hier an die Mitte eine Fackel. Ich wiederhole das Ganze. Ihr seht, die war es gerade zweimal. Komparator. Komparator. Ein Redstone hin, den Block weg. Redstone. Ein Redstone hin, den Block da. Redstone. So, dann sieht das Ganze so aus. Damit ist eure Schaltung schon fast fertig. Jetzt macht ihr folgendes. Ihr geht so zwei Blöcke zur Seite, zwei Blöcke von da oben. Das macht ihr bei beiden Weichen. Und jetzt gibt es einen wichtigen Unterschied. Und zwar, ihr setzt mit Shift hier unsere Schiene drauf. Und je nachdem, wie eure Weiche geschaltet ist, müsst ihr jetzt das eine bauen und das andere bauen. Und zwar soll eure Weiche immer so sein, dass der Zug weiterfahren kann. Ihr seht, bei der Weiche ist das der Fall. Der Zug kann geradeaus weiterfahren. Wenn der Zug weiterfahren kann, setzt ihr hier einen Komparator hin und zweimal Redstone. Wunderbar. Wenn euer Zug nicht weiterfahren kann, an dieser Weiche wird er abgelenkt, automatisch im natürlichen Zustand der Weiche. Dann Fackel, Redstone, Fackel. Das sind die beiden Varianten, die ihr bauen müsst. Okay, wenn ihr es getan habt, geht es auch gleich weiter. Und zwar, nun machen wir folgendes. Wir gehen einmal jetzt hier runter und bauen hier so einen Knick ein. Und zwar so ein V ein. Das ist wichtig, dass es baut. Denn jetzt könnt ihr anschließend hier nochmal nach unten gehen und baut einmal hier eine Schiene drunter. Das sieht dann so aus. Sieht ein bisschen reared aus. Ihr geht drei Blöcke nach unten. Und hier kommt unsere Schiene an. So. Was wir jetzt machen, ist hier oben zur Seite zu gehen. Einmal hier einen Block hinzusetzen, den wegzumachen, hier einen Block hinsetzen. Dann sieht das Ganze so aus. Es ist wichtig, dass ihr diese Form nachbaut. Wichtig ist, dass auch zwei Blöcke hier sind. Das hat einen speziellen Grund. Den zeige ich euch auch gleich. Ihr geht auf die andere Seite, setze ich einen Schalter hin. So. Und das gleiche nochmal, damit wir es einmal verstanden haben. Wir bauen einmal ein V mit einer Schiene. Gehen hier nach unten. Eins, zwei, drei Blöcke nach unten. Unsere Schiene kommt hier raus. Wir gehen nach oben. Wir gehen einen weiter zur Seite. So. So. Fertig. Und einmal ein Schalter auf die andere Seite. Hier hinmacht man an dieser Stelle dieses Gelenk am besten. Da, dass einfach diese ganze Schiene bepowert wird. Wie bepowert ihr diese Schiene hier? Ganz einfach. Ihr packt hier eine Redstone-Fackel hin oder vielleicht auf die andere Seite. Achtet drauf, dass ihr diesen Trichter nicht sperrt. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel einen Schalter hinmacht, wäre der Trichter gesperrt. Nicht gut. Also lieber Redstone-Fackel ist einfach auf der sicheren Seite. So. Das machen wir hier auch. Da. Und da. Jupp. Und Jupp. Wunderbar. Patap. 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 Sieht gut aus. Jetzt haben wir das Ganze soweit schon mal fertig. Ihr seht die Fahrtrichtung, die Schiene. Was ihr jetzt machen müsst, ist folgendes. Und zwar. Ihr geht jetzt an diese Schiene hier. Oder. Nein, stopp. Ihr geht an diese Schiene hier. Die mittlere. Also die zweite. Da baut ihr zwei Trichter dran. Die baut ihr mit Shift. Könnt ihr gedrückt halten, damit die aneinander gepackt werden. Hier ein Trichter drauf. Und dann weiter bis hier drunter. Das ist wichtig, dass es so aussieht. Auch hier machen wir genau das gleiche nochmal. Könnt ihr exakt nachbauen. Einmal. Hier so dran. Um die Ecke. Ein nach oben. Und fertig. Das ist schon alles. Jetzt. Seid ihr eigentlich streng genommen fertig mit eurem IMS Smart System. Jetzt braucht ihr eigentlich das Ding nur mehrfach zu bauen. Das tue ich jetzt mal. Ich clone mir das Ganze einfach mal. So. Slash Clone. Wir nehmen uns diesen ganzen Bereich. Das baute hier jetzt halt ganz, ganz, ganz oft und verschieden. Dann geht es gleich weiter im Tutorial. Eine Sekunde. Ich clone es eben jetzt ein paar Mal, damit wir einfach das System mal verstehen, wie es auch funktioniert und wie es arbeitet. So. Da machen wir es einmal hin. Zu groß. Okay. Warte. Jetzt geht es wunderbar. Das ist unser System noch hingeklont. Ähm. Und wir machen nochmal hier das Ganze hin. Okay. So. Zack. Das System ist mehrfach hintereinander gebaut. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr einen Loop bildet. Also, dass ihr die Systeme alle miteinander verbindet und eine Spirale, äh, einen Kreislauf macht. Das mache ich mal eben kurz. Und dann sieht das Ganze so aus. Und eh voila. Wir haben einen Loop. So. Jetzt wird es nämlich eigentlich spannend. Damit das Ganze funktioniert, muss es ein Loop sein. Das heißt, ihr solltet dieses ganze System so konstruieren, dass die Minecarts einmal eine Runde drehen. Jetzt schnappt ihr euch für jede Station beispielsweise eine Wollefarbe. Aber ihr könnt jetzt auch ein Item benennen. Das ist egal, wie es macht. Ihr braucht jetzt nur 64 Mal ein Item pro Station. Und es müssen unterschiedliche Items sein. Diese Items sind mehr oder weniger auch eure Briefmarken. Deshalb empfehle ich euch vielleicht sogar schon ein System zu machen mit 15 Stationen und entsprechenden Briefmarken. So. Und dann geht jetzt die Post hier ab. Also, jedes dieser Dinger markiere ich jetzt mal auf der Minimap. Jeder der Stationen bekommt hier mal eine Wollefarbe. Und die wird jetzt eingerichtet. Wir gehen jetzt in diesen oberen Trichter, setzen hier die Wolle einmal hin und einmal voll hier vorne hin. So. Dann geht's los. Weiße Station, Wollefarbe, reingesetzt. Wunderbar. Orangene Station. Einfach, damit jeder von euch seht. Reinpacken, vorne alles rein. Und Magenta-Station. Reinpacken, vorne alles rein. Hellblaue Station. Reinpacken, alles rein. Und Gelbe Station. Reinpacken, alles rein. Fertig. Das ist euer IMS-System. Und jetzt funktioniert's auch. Und das ist ziemlich nice. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, überprüft es nochmal. Sollte hier 18 Wolle liegen und in diesem Trichter 41 Wolle liegen. Wenn wir uns jetzt einen Minecart nehmen, beispielsweise hier einen Minecart. Dieses Minecart, ähm, lege ich jetzt hier hin und ich schiebe das Minecart an und lasse es losfahren. Und dann fährt das Minecart in diesen Loop herein. So. Und wir lassen es mal durch den Loop durchfahren. Schauen, was mit diesem Minecart passiert. Es bewegt sich durch die Schleife durch. Und auf magische Art und Weise, na gut, so magisch ist es nicht. Das ist sicher relativ einfach zu erklären. Findet das Minecart zurück zu der Station, wo es herkam und ist leer. Und das funktioniert so, dass das Minecart sich an dieser Stelle hier einmal das Item holt, was zu dieser Weiche gehört. Und jetzt wird's interessant, denn nun können wir auch Briefmarken bauen. Briefmarken für verschiedene Sachen. Zum Beispiel könnten wir sagen, dass es ein Lager gibt. Beispielsweise hier gelb. Gelb ist jetzt mal so ein Lager. Und hier soll das Minecart quasi, wenn es einfährt, beladen werden. Wir machen hier eine Detektorschiene hin. Das hier. Mal sowas hier. Also eine normale Schiene. Und nun, wir machen es wirklich super, super primitiv billig einfach. Also ganz, ganz, ganz simpel. Indem wir hier einfach Repeater nehmen. Und sobald das Minecart hier einfährt, werden die Repeater aktiviert. Und nach einem Moment geht dann diese Schiene an. Ich zeige euch heute absolut ein sogenanntes IMS Basic. Das Problem ist, es gibt noch keine Crash-Schutz etc. Wenn natürlich mehrere Minecarts hier drauf fahren, kann es passieren, dass es einen Crash gibt. Vor allem, wenn mehrere Minecarts zur gleichen Station fahren. Das ist jetzt nur ein Basic, damit ihr vor allem, wenn ihr nicht so viel Ahnung mit Redstone habt. Ihr merkt schon, wie cool dieses System ist. Aber jetzt gleich gibt es den Wow-Effekt. Und zwar, was das System eigentlich kann und drauf hat. Jetzt hier zum Beispiel gibt es Trichter. So, Bums. Da sind ganz viele Trichter drin. Lager mit Trichtern. Und die Briefmarke von dem Lager ist einmal gelbe Wolle. Die schnappt ihr euch. Jetzt geht ihr zu eurem Haus. Ihr habt ein Minecart und ihr packt jetzt hier einmal Yellow Wolle rein. Das ist eure Briefmarke. Briefmarke für bitte einmal Lager. Und ihr drückt auf den Knopf. Das Minecart fährt los. Und jetzt wird es interessant. Denn das Minecart fährt nun in den Loop rein. Weil es eine Schleife ist, kommt es nun am Lager raus und fährt ins Lager rein. Bedient sich nun der Trichter und fährt aus dem Lager wieder los. Fährt nun weiter. Und bei mir stockt es ein bisschen. Es liegt an Optifine. Tut mir sehr leid. Und das Minecart kommt wieder bei mir raus. Und im Minecart drin ist einmal meine Briefmarke und das, was ich bestellt habe. Und genauso kann ich jetzt auch an einen Freund etwas schicken. Das heißt, mein Freund ist vielleicht mein Nachbar. Hier, Orange. Und ich will dem ein Paket schicken. Ich will ihm jetzt sagen, ich habe für dich was eingekauft. Und zwar habe ich für dich eingekauft diesen wunderschönen Knopf. Und ich drücke auf den Go-Knopf. Es geht los. Und unser Minecart fährt nun in das System ein. Sucht sich nun von alleine den Weg zum Freund. Gibt dort die Sachen ab. Der Freund könnte zum Beispiel hier einfach so ein ganz, ganz billiges Lade-Entladesystem haben. So. Gucken wir mal, dass alles richtig klappt. Der Knopf wurde abgegeben. Und das Minecart fährt zurück. Achtet natürlich ganz, ganz vorsichtig darauf, dass wenn ihr die Sachen abgibt beim Freund, am besten auch hier einen Filtermechanismus hinbaucht, dass nur das abgegeben wird, was auch wirklich abgegeben werden soll. Es darf nämlich nicht die Rückbriefmarke abgegeben werden. Denn jedes Mal, wenn das Minecart losfährt, erhält es ja hier an dieser Stelle auch nochmal eine eigene Briefmarke für die Rücksendung. Damit das Minecart auch wieder zurückfindet. Es hat gerade eine weiße Briefmarke drin. Und deshalb findet es wieder zurück. Und jedes Mal, wenn das Minecart über diese weiche fährt, gibt es die weiße Briefmarke ab. Die wartet dann hier selig darauf, dass sie das nächste Mal verwendet wird. Und das ist das IMS-System. Das ist schon alles. Absolute Basisversion, die ich jetzt euch gerade gezeigt habe. Später, wenn ihr jetzt ein bisschen mehr Ahnung, ob ihr ein Redstone habt und ihr fuchst euch da ein bisschen rein, dann könnt ihr zum Beispiel die verrücktesten Sachen bauen. Zum Beispiel sowas hier. Das hier ist ein System, das Kollisionen verhindert. Das funktioniert genauso wie das IMS-System, was wir gerade gesehen haben. Mit nur einem wesentlichen Unterschied. Es können jetzt mehrere Minecarts, und das sind vor allem die Trichter-Minecarts, die hier rein können, gleichzeitig in dieses System reinfahren. Machen wir mal. Schwupp. Die fahren gleichzeitig rein. Und ihr seht jetzt, die Minecarts werden jetzt nacheinander losgeschickt und kommen jetzt nacheinander hier raus, wenn das System funktionieren würde, was es gerade nicht tut, weil Minecraft. Okay, egal. Aber das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Das ist eine outdated Version. Funktioniert mittlerweile nicht mehr. Deshalb, ich zeige es euch einfach nur. Hier sind auch mal weitere Anwendungsbeispiele, wie ihr es machen könntet. Beispielsweise haben wir hier ein automatisches Lager. Das heißt, hier müsst ihr quasi einmal das Item, was das Minecart holen soll, fährt in ein Lager rein. Das heißt, hier ist der Eingang ins Lager. Das Lager könnte zum Beispiel eine Briefmarke haben, die Briefmarke Kiste. So, und dann fährt euer Minecraft dort, wo das Lager ist, mit der Briefmarke Kiste raus. Aber in dem Minecraft müsst ihr quasi einmal die Briefmarke Kiste rein tun und das Item, was das Minecart holen soll. Das Minecart hat jetzt quasi die Briefmarke zurück, zu euch nach Hause. Kiste drin. Kiste gibt es ab, fährt ins Lager rein und findet die Kiste zum Beispiel mit dem goldenen Apfel, weil die Kiste, das heißt, dieses Lager könnte ja nochmal so eine zweite IMS-Schleife haben. Ihr könnt ja IMS-Systeme mit IMS-Systemen kombinieren. Das Minecart fährt durchs Lager, belädt sich mit den Sachen und fährt anschließend wieder zurück zu euch. Und da habt ihr es. Bam! Minecraft ME-System. Ihr könnt euch einfach Items anfordern und sie kommen. Es gibt noch verrücktere Versionen, die ohne Minecraft laufen, wenn es um zwei Items geht. Aber vielleicht wollt ihr auch mal eine Post verschicken oder so und dann ist eben halt dieses System, was ich euch da gerade gezeigt habe und jetzt in dieser Welt hier nicht mehr wieder finde. Schade, da vorne müsste es sein. Ach, egal. Ihr habt es gesehen. Was sagt ihr dazu? Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr konntet nochmal ein bisschen was lernen. Dankeschön an all die Leute. Fokus ist heute nicht meine Sache. Dankeschön an all die Leute, die den Kanal unterstützen mit einem Like, mit einem Abo und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald und ciao, Leute. euch, jetzt auf!